Niko? Was macht Niko? Was macht Niko? Was macht Niko? Er hat ein Haus, und er ist ein Stück frei. Der Eltern haben einen Laden, einen rumänischen Laden. Ich weiß, was sie haben, aber... Ich war in den Balkanen. Ich weiß, wo wir fahren haben, den Laden. Nach Rumänien. Kannst du weichen Leute? Aber dieses Haus könnte ich dir nennen. Das Haus könnte ich dir nennen. Sie mieten das. Ja, ein Haus, oder? Da muss er am Anfang. Du musst am Anfang immer zuerst mieten und dann... Nein, nein, nein. Er hat keine Anzahlung und so weiter. Betroffen, Bro, Miete. Betroffen, Bro, Miete. Alright. Bye!